ja hallo ich bin es wieder der chris und ja wir haben wir ein neues abendwerp gespielt diesmal im wehland das ist so der nordische raum in midgard da haben wir dann spieler aus allen vier großen stämmen in wehland gibt es die weh darin die sind so ein bisschen so ganz einfach wie die finden kann man quasi sagen und ja und jeder wie gesagt kommt von einem stamm auch mal gar nicht zu viel erzählen kann man schön im video sehen das ist ein abend es ist eigentlich eine ganz ganz einfache standardmäßige geschichte die ein bisschen bisschen gewürzt sagen wir mal nichts anderes als ein toastbrot mit was pfeffer und salz auf so ungefähr in der art und so wird das ganze sein aber hat tierisch spaß gemacht mit den leuten und ich hoffe ihr schaut euch das ganze mal in aller ruhe an ist cool ist sehr atmosphärisch das ist halt anders als escher abenteuer weil es erscheint die sonne da reden zeit die ganze zeit momentan das ist schon ja sehr frustrierend ich habe auch wieder ein prequel mit den ganzen leuten mal so gespielt damit die reinkommen in ihre charaktere was dann da am ende rausgeworden ist könnt ihr euch das anschauen bis dann ich freue mich auf euch ciao ciao